Weiß ich wirklich, ich mach dich nass, Baby. Dich mach ich auch nass, Cornelia. Ach, was soll der Geiz? Ich mach euch alle nass. Mein Name ist Kebab. Kebab Girl 907. Geschnacki Grebiz. Lenny Abdurrahman Grebiz. Um Hollywood, um von Bollywood. Also ich hab mich dermaßen überqualifiziert, dass es mir selbst schwindlig geworden ist. Die Schlange hat sich geäugelt. Schau mal. Du bist mutternrum verschleiert. Du siehst aber hoch aus. Bei diesen Geschwistern da, liebe Lesben. Bei mir bist du schon richtig. Von aus Fladenbiocafen. Ach, warum wegen Fladenbiocafen? Es juckt sie. Bei uns, also die türkischen Männer, die ganze Bikinitze ohne abhassieren. Ach so. Ja, der deutsche Mann, der hat sich nicht mehr im Gesicht. Der Tüchter denkt so nach. Ja. Also ganz ehrlich, Leute, oder? Hat uns der Euro alle zusammengefickt, oder nicht? Einsicht kommt angewaltig. Ja. Aber mein gordischer Knoten ist noch ungelöst. Ah ja, aber mit kurdischen Knoten ist so, da gibt's keine Lösung. Nicht der kurdische Knoten, mein gordischer Identitätsknoten. Ah, ah, Jacke wie Hose, da gibt's auch keine Lösung. Wie jetzt? Wer bin ich jetzt? Oh, das musst du Skotland-Jagd-Ankerer fragen. Die wissen das? Bestimmt, natürlich. Die Schicker frage ich, das mache ich auch. Hallo, Ankara. Ja, hallo. Hier ist Lenny Abdurrahman Krewitz. Äh, selber du. Ja, also ich hätte da ein kleines Identitätsproblem. Ah, das haben alle in der Heiligen in der Türkei. Ja, das ist ja schön, da wissen Sie ja Bescheid. Also bin ich ein Röppel-Dach-Chili-Schnitzel? Wer ist da von Lachen? Bist du Separatist, oder was? Äh, ja, äh, oder bin ich vielleicht eine teppichfliegende Kartoffellesme, vielleicht? Wer bist du, Lachen? Ja, ja, das will ich ja von Ihnen wissen. Oder bin ich ein allerbest geschmückter, schwuler, schwarzer Don Juan? Das alles bist du, Mann. Du Schande der Nation. Türke auf jeden Fall bist du nicht. Also, türkst du, deutschst du, mixst du, einen konkret krass korrekten Europa kriegst du. Türke auf jeden Fall bist du nicht.